Heute hatte ich das Vergnügen erst mal zwei neue Driver zu testen und zwar von Cataway Golf. Die beiden Driver die ich habe ist der Standard Cataway Rock mit 10,5 Grad Loft habe ich ihn testen können. Als Schaft stand zur Verfügung ein neuer Schaft, das ist der Aldila Synergy in Regular. Ich habe ihn damit erst mal geschlagen, habe aber später die Schäfte noch mal getauscht und ebenfalls neuem Programm sind die Evenflow Schäfte. Neben diesen Schäften wird es noch die Quaranta Schäfte geben und auch den Project X Hazardous Yellow Schaft. Der Aldila Rock Standard Driver in 10,5 Grad ist eigentlich die Universalwaffe, die man hat. Der ist etwas größer optisch jedenfalls geworden als der Epic Driver. Auch wenn das Volumen mit 460 cc komplett gleich bleibt, wirkt er doch etwas voluminöser. Also ist etwas flacher geworden, etwas anders von der Optik verteilt. Wieder die Carbon Krone sehr dünn, um das Gewicht möglichst nach hinten unten zu bekommen für einen leichten Ballstart und für viel Power und viele Verzeihbarkeit. Die Driver haben von der Epic Serie sehr viel übernommen. Einmal wieder die sogenannte Jailbreak Technologie. Wir haben hier also diese zwei Stäbe, die die Schlagfläche stabilisieren sollen, damit überall mehr Ballgeschwindigkeit ist. Ja, das hat er auch. Ich habe damit sehr, sehr gute Ergebnisse. Sehr spannend. Für mich wirklich der erste Test. In einem Regular Schaft ging er mir oft ein bisschen nach rechts raus. Das liegt nicht am Dreiber, das lag definitiv an mir, weil ich die Schäfte nicht so gut spiele. Ich habe dann den Schaft, den ich jetzt, ich drehe es mal um, ich habe jetzt auch den Schaft, den ich in meinem Epic Driver gespielt habe, den obern Hashimoto. Das ist ein Sonderschaft. Den spüre ich einfach unglaublich gut. Das Ganze kombiniert mit dem Rock habe ich Weiten, auch mit Schwunggeschwindigkeiten um die 100 Meilen knapp drüber zum Teil von über 230 Meter Carry. Ich glaube, der weiteste Schlag waren heute 2,44 Carry auf knapp 2,60, 2,65 mit Roll. Ehrlich gesagt, das habe ich lange nicht mehr gehabt. Macht, macht, macht ehrlich Spaß und wer haut nicht gerne einen weiten Ball? Was für mich halt schlicht und ergreifend immer entscheidend ist, ist dieser Driver fehlerverzeihend? Muss ich ihn mittig treffen und wird er außer mittig zickig oder ist er wirklich gut? Und ganz ehrlich, ich habe quer über die Schlagfläche heute gehauen. Montag bin noch ein bisschen müde vom Wochenende. Aber die Ballgeschwindigkeit, die ist nichtsdestotrotz eben sehr hoch geblieben. Der Subzero Driver sieht etwas kompakter aus, das war ja bisher auch der Fall, etwas weniger Tiefe, etwas höhere Schlagfläche. Der Driver hat ein bisschen ein anderes Gefühl. Im Treffmoment fühlt sich ein ganz, ganz klein, wenig intensiver, ein bisschen härter an. Aber auf jeden Fall immer satt, sodass ich einfach auch Bock hatte, die Bälle noch mal einzusammeln, noch mal einzusammeln und dann zu schlagen. Eins kann ich jedenfalls wieder bestätigen, dass auch im Verhältnis zu dem Rock, der Rock Subzero in der Tat eine ganze Ecke Spin runter nimmt. Als zweites habe ich das neue Callaway Rock, in dem Fall die Subzero Variante, als Holz geschlagen. Was hier neu ist, dass auch hier jetzt die Technologie des Dreivers, was im Epic eingeführt worden ist, mit den beiden Stäben für die Stabilisierung eingeführt worden ist. Hier habe ich die Variante, nennt sich 3 plus 13,5 Grad. Das ist fast ein Dreiver, muss man sagen. Ich habe ihn vorhin vom ganz flachen Tie geschlagen und auch vom Boden. Vom Boden muss man schon genau treffen mit 13,5 Grad Loft. Aber dann Carry 210, das kann schon ein Ersatz sein für manche auch statt Dreiver, wenn man lieber in den Hölzer spielt. Funktioniert gut, klang sehr, sehr satt. Ich mag es. Ich glaube, da werden wir viel Freude mit haben. Was Callaway noch erzählt, dass sie mit Boeing ein Aerodynamikpaket, was auch immer eben dort gemacht haben, im Windkanal waren, bestimmte Tests gemacht haben. Ja, da weiß ich nicht so recht, ob das hinterher sich in der Praxis so doll auswirkt. Ich schlage beide drei, wenn er eh nicht in Geschwindigkeit. Kann natürlich auch sein, dass der Epic auch schon gut war. Aber dass das nun in der Praxis so relevant ist, kann ich nur nicht behaupten. Was viel, viel wichtiger ist, ist wirklich die Schlagfläche, dass der Dreiver enorm gut reagiert, auch außer mittig im extrem weiten Bereich. Das macht für mich eigentlich den Hauptwert aus.